Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Mutter Weissmehr anzunehmen bei Magni Bronzebart in Uldir an dieser Position. Hierhin kommt ihr unter anderem durch die Vorquest stürmisch wie ein Bronzebart. Ob man auch so hinein gelangen kann, also klar nach Uldir kommt dann auch so hinein. Aber ob dann Magni die hier ist und die Quest hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Nehmen die Quest nun einfach mal an. Kurze Videosequenz. Freut mich euch kennenzulernen. Ich bin... Versucher identifiziert. Bezeichnung Sprecher. Anwesenheit zeugt von direkter Bedrohung für Azeroth. Genau. Wir brauchen eure Hilfe Mutter. Azeroth stirbt und nichts scheint sie heilen zu können. Fehler. Uldir-Anlage wurde geschaffen für Erforschung und Verwahrung alter Götter. Rehabilitation des Planeten nicht innerhalb der Missionsparameter. Empfehlung. Mutter-Einheit zur Herzkammer-Einrichtung relokalisieren. Äh, ich will nicht unhöflich sein. Aber wenn meine Flugmaschine Magni nicht tragen kann, dann sicher auch keinen Titanenhüter bis nach Silithus. Bestätigt. Portal-Aktivierung empfohlen. Zielkoordinaten enthalten im Herzen von Azeroth. Nun, ihr habt sie gehört, Champion. Ansnark. Nun darf man zwei Konsolen aktivieren. Ich glaube, hier müsste ich nicht unbedingt die Map aufmachen. Eine ist hier wo nicht. Eine müsste gegenüber sein. Genau. Sobald ihr diese aktiviert, erscheinen ein paar Mobs. Die sind nicht sonderlich stark. Erst wenn das zweite bzw. die zweite Konsole aktiviert ist, erscheinen zuerst die kleinen und danach erscheinen noch größere Mobs. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es in der Folge-Quest ist oder ob schon in dieser. So. Okay, es ist in der Folge-Quest, wo die großen Mobs kommen. Die Quest ist abzugeben bei Magni Bronzebad in Uldir. Wie gesagt, durch die Vor-Quest kommt ihr hier hinein. Speziell zu diesem Bereich. Das war Stürrisch wie ein Bronzebad. Nochmal der Hinweis. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Ciao.